Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe hier seit der Aktienfinder.net den Aktien-Screener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Anlegen in Aktien, unter anderem deshalb auch um laufende Dividendeneinnahmen. Und da bin ich nicht der Einzige, der das tut. Es gibt noch sehr viele andere, die das tun. Es gibt eine ganze Finanz-Community und diese Finanz-Community bzw. Finanz-Blogger, die haben dann Webseiten und da kann man dann ihre Erfolge mehr oder weniger live nachvollziehen und auch von ihren unterschiedlichen Strategien sich versuchen, was abzuschauen und zu lernen. Ich habe einen ganz kleinen Teil dieser Finanz-Community hier in den Finanz-Helden auf meiner Blog-Seite abgebildet, sowie deren Erfolge und insgesamt 31 dieser, wie ich sie nenne, Finanz-Helden. Den September, den habe ich gerade eben erst eingepflegt. Man sieht also hier in dieser Tabelle diese 31-Blogger und hier unten sieht man dann die Einnahmen-Historie. Und ich möchte in diesem Video mal ein bisschen die Finanz-Helden vorstellen und durch die Tabelle etwas gehen. Nicht die kompletten 31 Finanz-Helden, keine Angst, sondern nur hier die ersten Plätze mal so ein bisschen kommentieren. Und alles weitere kann man dann bei Interesse selbst machen. Die Finanz-Helden, die legen meistens natürlich, haben sie Einkommen aus Dividenden. Das hat ja fast jeder, der Aktien besitzt. Und das ist auch im Prinzip der Klassiker, wenn es um passive Einnahmen geht. Es ist jetzt in den letzten Jahren kamen auch noch die Optionseinnahmen hinzu. Das heißt, man verkauft Aktienoptionen als sogenannter Stillhalter und kassiert dadurch auch noch Prämie und versucht dadurch, seine Einnahmen nochmal zu steigern, sodass man nicht nur Dividendeneinnahmen hat, sondern auch Einnahmen aus Optionsprämien. Was das jetzt dann konkret heißt, das sehen wir dann in diesen beiden Spalten hier. Einmal die Einnahmen der Dividenden und einmal die Einnahmen über Optionsprämien. Das hier sind dann die Einnahmen insgesamt. Von den 31 Finanzbloggern, die kommen, sind die meisten aus Nordamerika, USA, Kanada oder dem westlichen beziehungsweise Nordeuropa. Es gibt aber auch einen Kollegen aus Ungarn und einen aus Australien. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, um einen Eindruck zu kriegen, wie erfolgreich ist welche Strategie und wie kann man es machen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, die hier zusammengefasst sind. Und das ist ja im Prinzip auch gerade das Schöne. Jeder kann sich das aussuchen, was für ihn geeignet erscheint. Momentan ist das Ganze sortiert nach den kompletten Einnahmen im September. Und wir sehen, dass es jetzt Geldchallenge gelungen ist, in diesem Monat über 12.000 Euro zu machen. Und das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Und das hat er gemacht mit einem Depot mit einem Marktwert von ungefähr 200.000 Euro. Und das heißt, das ist eine monatliche Rendite von fast 6%. So eine Rendite, beziehungsweise so hohe Einnahmen, kann man nicht erreichen über Dividenden. Beziehungsweise extrem schwer. Nein, man kann es nicht erreichen über Dividenden. Das müsste ein Hochdividendenwert sein. Beziehungsweise und zusätzlich dürften dann die Aktien nur einmal ausschütten im Jahr. Und dann müsste das quasi dieser Monat sein. Also das ist eigentlich unrealistisch. Das kann man realistischerweise nur über Optionsprämien schaffen. Und das ist Geldchallenge auch gelungen, in diesem Monat. Hier unten sehen wir dann die Finanzchronik von Geldchallenge. Die ist aufgezeichnet seit 2017. Seitdem ist er auch dabei. Und da sehen wir dann eben auch gleich die Risiken, die mit einem Optionsverkauf behaftet sind. Nämlich im Gegensatz zu Dividenden können dann die Einnahmen aus Optionen auch negativ sein. Und das war leider jetzt ein paar Mal der Fall. Wenn man 2017 rausmacht, dann sieht man eben, dass es dann durchaus leider auch insbesondere den Monat Juni gab, in der sehr schlecht gelaufen ist. Jetzt ist das Ziel, dann noch positiv rauszukommen. Also mit einer schwarzen Null oder möglichst noch besser das Jahr 2018 zu beenden. 2017 hat der Kollege positiv beendet. Auch da gab es schlechtere Monate. Aber insgesamt, habe ich mal kurz zu mir geguckt, hat er negativ abgeschlossen. Geldchallenge hat auch auf seiner Webseite, hier, hier ist sie, kann man sich die Strategien angucken. Und es ist schon sehr speziell und sehr fortgeschritten und geht weit über das hinaus, was ich beispielsweise mache im Rahmen eines Stillhalters. Gehen wir nochmal zurück. Wenn wir dann zum Beispiel zur Nummer 2 gehen, dann sehen wir, dass hier überhaupt keine Optionen verkauft werden. Und da trotzdem relativ hohe Einnahmen, also knapp 9.500 Euro. Und hat aber einen höheren Marktwert. Welcher jetzt das genau ist, das kann ich nicht sagen, weil es wird nicht auf seiner Webseite dargestellt. Wir sehen aber schön hier, wie seine Dividenden prinzipiell immer steigen. Und was wir, also von Jahr zu Jahr steigen. Und was wir auch sehen, ist, dass es starke Dividendenmonate gibt. März, Juni, September und auch der Dezember ist ein starker Dividendenmonat. Das ist zum Beispiel für Amerikaner typisch. Für Deutsche ist was anderes typisch. Die investieren ja meistens oder eher in heimische Aktien. Also natürlich nicht nur, aber auch im Gegensatz zu Amerikanern. Amerikaner, beziehungsweise US-Amerikaner, investieren sehr stark in US-Aktien. Deutsche investieren auch in US-Aktien, aber tendenziell beispielsweise auch in den Heimatmarkt. Und dann sieht man nämlich folgendes, wenn man sich den Mai anschaut und dann mal sortiert nach den Dividendeneinnahmen absteigen. Dann sieht man plötzlich, dass europäische Finanzblower ganz oben sind bei den Dividendeneinnahmen. Warum? Weil der Mai eben ein starker Dividendenmonat ist. Hier sehe ich jetzt ein Extrembeispiel. Bluetooth & Mi kassiert fast seine kompletten Einnahmen im Mai. Und ist natürlich nicht so extrem, wenn man ein diversifiziertes Depot hat, in dem Sinne, dass es global diversifiziert ist, wo man beispielsweise auch US-Aktien hat. Wenn wir wieder zurückgehen auf den September, dann sehen wir eben, wenn wir noch Dividenden sortieren, dass es jetzt erst als meistens also Amerikaner sind. Hier ist ja auch Nordamerika. Und dass die Deutschen erst relativ spät kommen, hier mit GetMaid und dann Plutus & Mi wieder. Also relativ weit unten. Gehen wir mal hier nochmal zur monatlichen Rendite über. Die kann man ja nur berechnen, wenn der Depot-Marktwert auf der Webseite einsehbar ist. Dann haben wir natürlich zuerst Geld-Challenge mit der sehr hohen monatlichen Rendite als Ausreißer nach oben. Und dann komme ich schon, ich bin wachstumswerte.net, das ist ein Blog von mir. Und da gibt es dann 0,7% monatliche Rendite. Da können wir mal hier dann auch reinklicken. Und die wurde fast komplett über Optionseinnahmen erwirtschaftet. Dividenden gab es kaum. Und hier sieht man seit 2015 im Prinzip meine Einnahmenentwicklung. Man sieht auch hier bei mir, dass es Monate gab, wo ich Verluste gemacht habe mit Optionen. Zwei Monate gab es und insbesondere der September letzten Jahres ist relativ schlecht gelaufen, wo ich über 2.000 Euro Verlust gemacht habe. Insgesamt sieht man, dass sowohl Dividenden als auch Optionen bei mir eine Rolle spielen. In den letzten Jahren, gucken wir mal, im letzten Jahr, würde ich fast sagen, 50-50 hat sich es aufgeteilt. Beziehungsweise gab es ein bisschen, etwas mehr Geld gab es doch, doch, es gab etwas mehr Geld über Optionen als über Dividenden. Beim Dividend-Pick hier hat auch fast so viel monatliche Rendite erzielt wie ich, aber ohne Optionen. Das ist natürlich deshalb möglich, weil der September ein starker Dividenden-Monat ist für den US-Amerikaner hier. Und dann geht es weiter und ich denke, ab hier irgendwo wird es dann soweit realistisch bei 0,4% monatliche Rendite. Wir sehen jetzt, dass es auch relativ viele schon schaffen, natürlich insbesondere Amerikaner, die dann so eine hohe Rendite erzielen können, weil sie eben, klicken wir mal irgendwo drauf, diesen starken Monat jetzt gehabt haben in ihren Depots. Und ja, den Rest kann man sich dann gerne selber anschauen. Dann gehen wir mal zur Stabilität. Stabilität berücksichtigt die letzten 12 Monate, wie stabiler die Entwicklung gewesen ist. Das heißt, Moment. Ja. Und dann sehen wir hier, beim Platz 1, haben wir zum Beispiel Torkan mit einer sehr stabilen Depotentwicklung und der Kollege aus Kanada investiert vor allem in REITs und in Hochdividendenwerte. Also er hat beispielsweise auch AT&T und Procter & Gamble und andere Aktien, teilweise auch Qualitätsaktien noch, die Wachstum haben, wie Bank of Nova Scotia. Aber tendenziell setzt er weniger auf Wachstum als auf hohe Dividenden. Und so hat eben jeder seine Strategie. Und wenn man hier sieht, wie sich die Einnahmen erhöht haben, da haben sich die Einnahmen von 550 Euro ungefähr verdoppelt innerhalb von drei Jahren auf gut 1.100 Euro. Und die Einnahmen kommen sehr gleichmäßig über die verschiedenen Monate verteilt. Wir haben auch einen Kollegen aus Ungarn hier, der ebenfalls sehr schön starkende Einnahmen hat. Man sieht es hier, wie die Einnahmen steigen. Insgesamt sind die Beträge relativ niedrig noch, weil er eben noch in der Anfangsphase ist. Aber normalerweise heißt es ja, aller Anfang ist schwer. Und hier sieht man schön, wenn man gerade angefangen hat, hier waren das Dividenden von 6,01 Euro, bzw. im September, als er angefangen hat, von 12 Euro. Und jetzt hat er schon 47 Euro, also schon verdreifacht, die Einnahmen des Monats im September, September innerhalb eines Jahres. Und das sind eben so die schönen Erfahrungen, die man macht. Gerade am Anfang merkt man sehr stark, wie die Dividenden steigen. Und die Nummer 3, das Rente mit Dividende, bzw. Dividendmeter, die teilen sich den dritten Platz, Rente mit Dividende, das ist ja der Alexander aus Deutschland, sehr bekannt. Und auch er hat sehr stabile Dividendeneinnahmen zu verzeichnen. Und dann gucken wir uns mal noch kurz den Zuwachs an. Und da bin ich sogar auf Platz 1. Aber das hat immer unterschiedliche Gründe, warum der Zuwachs so hoch ist. Zum einen haben wir natürlich organischen Zuwachs, das heißt insbesondere Dividendensteigerungen der Aktien, die man eh schon hatte. Dann neue Investitionen. Und in meinem Fall war das wieder was anderes, nämlich bei mir sind die Optionen das Entscheidende, bzw. Optionsverkäufer. Ich habe nämlich jetzt, die letzten zwölf Monate gehen ja bis zum Oktober des Vorjahres. Und da waren meine Optionseinnahmen hier komplett positiv gewesen. Und wenn man dann die zwölf Monate zuvor nimmt, da hatte ich teilweise noch überhaupt keine Optionen verkauft, konnte ich zunächst einnehmen. Und dann sind auch noch zwei Verlustmonate drin, insbesondere dieser hier. Dadurch kommt dann die hohe Steigerung zustande. Beim Dividend-Pick sind es vor allem neue Investitionen, die er getätigt hat, also neues Geld, was kam. Und dann bei 3 sehen wir hier schon, bei Stuggles sehen wir hier schon relativ große Lücke. Und dann geht es immer weiter runter. Und dann fängt es hier, denke ich, irgendwo an realistisch zu werden. Bei so hier 30% Steigerung von Jahr auf Jahr. Was man erreichen kann, wenn man neu investiert, wenn man eine gute Sparquote hat und dann noch das organische Wachstum dazu nimmt. Dann sehen wir ja, dass es schon relativ oft erreicht wird. Hier 28, 25, wieder 25%. Im Prinzip auch 25, 23, 23% und so weiter. Da sehen wir, dass es relativ vielen gelingt. Und selbst hier sind wir hier noch zweistellig. Und da unten gibt es dann leider keinen Vergleich mehr, weil die Kollegen noch nicht so lange dabei sind, dass man hier diese Auswertung machen könnte. Und wenn es negativ ist, dann hat es im Regelfall, wie man hier sieht, was mit Optionen zu tun. Und ansonsten sind die Steigerungsraten schon relativ beachtlich. Das sind alles reine Dividendeneinnahmen hier. Und da sieht man ja, das sind Zuwachs, Zuwächse, die sind deutlich höher als beispielsweise eine Gehaltssteigerung und natürlich noch sehr viel höher als die Inflationsrate. Zusammengefasst würde ich sagen, also viele Wege führen nach Rom. Hier haben wir wahrscheinlich knapp 31, also wir haben hier 31 Finanzblocker und wahrscheinlich haben wir hier ungefähr 31 unterschiedliche Investmentstrategien, wie jeder versucht zum Ziel zu kommen. Man sieht, dass im Regelfall sind die Strategien erfolgreich. Und wenn man noch auf der Suche ist nach seiner Strategie oder einfach neugierig, was die anderen machen, dann kann man gerne hier mal einfach ein bisschen Ausschau halten, ob man hier ein Muster findet von den Einnahmen, das einen anspricht. Und falls ja, kann man dann die entsprechende Webseite besuchen des Finanzblockers und dann sich näher informieren, wie er das Ganze macht. Und sich entsprechend inspirieren lassen und vielleicht sogar in dessen Fußstapfen treten. In diesem Sinne wünsche ich gute Investments und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ende